Die Megler GmbH realisiert und verwaltet unter anderem komplexe Datenbanklösungen, hilft dabei Prozesse und Workflows zu optimieren. Die Kernkompetenz ist Kunden zu beraten im effektiven Energie- und Ressourcenmanagement. Wie haben Sie die Infrastruktur für die Infrastruktur? Vor ca. drei Jahren haben wir begonnen, auf Virtualisierung umzustellen. Wir haben erkannt, dass unsere Infrastruktur undurchschaubar wird. Wir hatten damals bis zu 20 Server und haben uns von einem Berater Informationen geholt, wie wir unsere Infrastruktur vereinfachen können und sind zu dem Entschluss gekommen, mit VMware einfacher und schneller reagieren zu können. Wir haben uns vor drei Jahren für VMware entschieden, weil wir die Produkte schon kannten von VMware, aus der Desktop-Virtualisierung mit VMware Workstation. Wir haben dann gesagt, VMware kann nur im Servermarkt genauso gut sein, sind Marktführer. Wir haben deshalb vor drei Jahren begonnen mit zehn virtuellen Servern, haben das weiter ausgebaut über die Jahre, betreiben jetzt 40 Server auf drei physischen Servern, haben damit eine super Ressourcenauslastung geschaffen und wollen in der Zukunft das ganze System noch weiter ausbauen. Unseren Kunden raten wir auch zur Virtualisierung, um die Energieeffizienz im Rechenzentrum wieder zu steigern, die Administrationskosten zu senken und einfach den Betrieb der Server zu vereinfachen. Aktuell beschäftigen wir uns auch mit Cloud Computing, da wir versuchen, unsere Infrastrukturkosten zu senken und sind da aktuell in Verhandlungen mit Servicepartnern, um Storage-Platz zu mieten, sprich in eine Private Cloud zu wechseln. Untertitelung des ZDF für funk, 2017